Die gestern angesprochene mögliche Pause in den Märkten, die scheint sich jetzt zu materialisieren. Beim DAX-Index sehen wir, dass die letzten Stunden auf jeden Fall nicht wirklich von Stärke geprägt waren. Abwärts scheint die richtige Richtung zu sein. Die Marktteilnehmer hatten schon angedeutet, dass sie irgendwie die Lust oder die Power nach oben verloren haben. Wir haben es hier im 4-Stunden-Chart gesehen. Also insofern von der Seite aus nicht wirklich Power. Gucken wir es uns etwas größer nochmal an. Nochmal zur Erinnerung, ein Rücksetzer bis in diese Kiste rein. 15.600 oder vielleicht 15.400, notfalls auch noch tiefer. Idealerweise aber oberhalb der 15.300 beim DAX-Index wäre alles noch in Ordnung. Die grobe Orientierungsmarke 15.500 zu anpingen, vielleicht leicht unterschreiten. Würde mich nicht wundern. Das ist jetzt kein Versprechen, dass das passiert. Das gucken wir uns gleich im Nahkampf-Chart an. Aber es wäre zumindest etwas, was übergeordnet als ganz normale Unterbrechung der Bewegung eben auch gehandelt werden kann. Wo man sagen würde, naja gut, hier wollen wir mal 5er gerade sein lassen. Es sieht doch nach einer kurzen Pause aus und dann ist alles gut. Solange wir halt nicht unter diese 22. März-Hochmarke fallen, ist die Welt noch in Ordnung. Zumindest mal aus bullischer Sicht. Ja, aber kürzerfristig, diese Videos zielen ja sehr stark auf das, was passiert jetzt in den nächsten Stunden und Tagen möglicherweise oder wenige Stunden halt. Oder vielleicht sogar nur am Nachmittag. Da gucken wir uns mal das Bild hier hinten an. Und der DAX hat hier eigentlich etwas gezeigt, was wir ganz klassisch als eine bis jetzt zumindest mal überschneidungsfreie Bewegung sehen. Überschneidungsfrei deshalb, weil dieses Hoch, was wir hier im Moment haben, sich nicht mit diesem überschneidet. Das sind so diese Gegenbewegungen, die wir hier haben. Wenn der Kurs diese überschneidungsfrei bringt, dann ist vielleicht der Verdacht da, dass das irgendwie so noch aussehen wird. Das wäre ein 5er, eine starke Bewegung, überlappungsfrei nach unten. Und würde bei der nächsten Korrektur idealerweise das gleiche nochmal heraufbeschwören, sprich noch weiter abwärts. Das wäre aber nicht tragisch, denn wir haben ja eben schon gesagt, im Übergeordneten ist ja abwärts durchaus sowieso völlig in Ordnung und völlig legal, wenn man so will. Also nicht nur legal, sondern auch egal. Zumindest mal für das übergeordnete bullische Bild. Deshalb die Vermutung, dass wenn wir hier irgendwie sowas bekommen und wir dann entsprechend hier einen Fünfweller bekämen, der überschneidungsfrei ist, die nächste Korrektur in die Mitte dieser Abwärtsbewegung rein. Das wäre aus aktueller Sicht so ungefähr, so wie ich es jetzt gezeichnet habe, wären das jetzt hier so 15.800. Aber da wir diesen Punkt ja noch gar nicht kennen, bitte das nochmal messen, so wie wir das ja immer hier in diesen Videos besprechen, wo dann diese Kiste sozusagen, diese blaue mittlere Kiste für die Short-Seite denn dann nochmal zu liegen hat. Dafür brauchen wir erst diesen Punkt. Der fehlt ja noch. Das heißt, all das, was wir hier haben, ist jetzt ein Fallbeispiel, wie das aussehen kann, aber ja noch keine Ankündigung der ganzen Geschichte. Wer sich also jetzt erhofft, ja jetzt sagt doch mal, geht es hoch oder runter? Ja, im Moment geht es hoch, das kann ich euch sagen, aber für mehr ist die Aussage aktuell auch nicht wirklich machbar. Aus meiner Sicht realistische Chancen, dass das passiert, hier nochmal auf dem Weg nach unten. Aber gucken wir uns den amerikanischen Markt an, ob er dieses Bild generell unterstützt oder eben nicht. Dazu blicken wir zuerst auf den Dow Jones, schauen mal, wie der in etwa aussieht und da muss man sagen, das ist ein relativ ähnliches Bild, wir hatten es die letzten Tage ganz häufig angesprochen. Also theoretisch hatten wir eh eine Möglichkeit, das Ganze zu stoppen, vor ein paar Tagen schon gesehen. Wer es später erst gemacht hat, ist dann jetzt nochmal wieder auf diese Marke hingewiesen worden. Supertrend wäre eine Möglichkeit Parabolic. Das sind ja die, die immer so ein bisschen trendmäßig hinterherziehen und wo man sagen kann, okay, bleibt man drin oder nicht. Der Parabolic war nicht so sehr sinnvoll, weil der schon zu eng eigentlich war. Ihr seht das hier, dass der auch schon in anderen Trendphasen eigentlich ein bisschen zu eng war. Da hätte man also einen anderen Zeitrahmen oder eine andere Einstellung wählen müssen. Aber der Supertrend ist, was das angeht, ein bisschen sinnvoller oder ein bisschen besser, weil er zumindest mal in dieser Einstellung, die ich jetzt hier, das ist eine Standardeinstellung im 4-Stunden-Chart, mehrheitlich die starken Bewegungen ganz gut eigentlich abgesichert hat. Nicht immer alles perfekt, aber zumindest mal nicht ganz schlecht. So, wollen wir aber nicht über den reden. Der hat ja schon gearbeitet. Hier gilt ebenfalls immer noch die 22. März. Hochmarke 33.000 beim Index. Ich glaube 32.700 waren das ungefähr, 600, 700 für den Index. Das ist hier der Future. Ich habe es, glaube ich, eben falschrum gesagt. 33.000 ist die Future-Marke. Ihr seht, das YM ist das Kürzel für den Future hier in dem Markt. Das, was die Incis angucken und dementsprechend viel wichtiger ist als der reine Index jetzt aus meiner Sicht. So, also, wir bleiben oberhalb, ist alles safe, geht es da drunter, dann wird es tatsächlich kritisch. Im Moment wäre so die Zielmarke 33.500, 400, irgendwie sowas in der Richtung. Kann ein bisschen höher sein, so ab 700. Aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, fände ich das schon ganz schick, wenn er da irgendwo hin wäre. Das wäre eine sehr aufgeräumte Aktion. Vermutlich unter 33.300 auch nicht. Das wäre schon so das Erste, wo ich sage, warum denn so weit? Muss es denn sein? Denn der Hintergedanke ist ein bisschen der Größenvergleich dieser Marke. Und wenn wir da drunter gehen, dann wären wir da größer. Und das ist eine, ich hatte es gestern erklärt, scharfe Korrektur. Das kann man immer, ich mache mal zwei nebeneinander. Scharfe Korrekturen sehen so aus. Seitwärtskorrektur sehen so aus. Ihr seht, also die Zielhöhen sind nicht unbedingt großartig anders, aber ihr seht, der ist höher sogar oder ähnlich hoch wie der. Und ihr seht, bei der scharfen Korrektur ist das ein deutlicher Unterschied. Hier haben wir ziemlich sicher eine scharfe Korrektur. Das würde dafür sprechen, dass wir hier eine Seitwärtskorrektur kriegen. Und diese tendenziell sicherlich jetzt nicht zwingend noch länger als diese hier. Deshalb die grüne Marke, das ist also die gleiche Länge wie hier gemessen. Das wäre so eine Art Frühindikation. Und was will er, was will er, was will er, übertreibt er nicht. Aber im Moment ist das noch ganz klar, ganz normal im Ablauf, im Geschehen, was wir die Tage hatten. Leider ist das hier im internen Bereich ganz schön schwierig zu erkennen. Natürlich gibt es immer wieder mal eine scharfe Bewegung, was Wackeliges. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Abwärtsbewegung ja auch so richtig hübsch noch nicht aussieht. Also im ganz kurzfristigen, ich tue mich schwer, da halte ich lieber die Füße still oder mache was anderes. Hier im 5-Minuten-Chart gefällt mir das Bild hier in der Summe gar nicht. Allerdings bin ich gerne bereit, im kurzfristigen Bereich da wieder wohlwollen drauf zu gucken, wenn ich irgendwo eine erste Bewegung, ist es eine erste Bewegung? Klar, Kurs kam von oben. Also von diesem Tief ausgehend ist das der erste Anstieg jetzt hier. Wenn wir dann irgendwann eine Korrektur in die Mitte dieser Zone wieder reinkriegen, also von hier nach da gemessen ungefähr in die Mitte, dann wäre das per se ein Zwischenlong auf jeden Fall. Allerdings in ähnlicher Länge wie das, was wir hier haben. Und dann wird man sehen, ob es dann nicht noch weiter wieder nach unten geht. Also ihr seht, insgesamt bin ich eigentlich nach unten ausgerichtet. Im Nahkampf-Chart sind zwischendurch Long, so Zwischenlongs durchaus in Ordnung. Aber dafür muss das Bild für mich ein bisschen schön aussehen. Immerhin haben wir hier eine starke Bewegung. Wie gesagt, eine Korrektivbewegung als Gegenbewegung wäre gut, aber die müsste er dann auch entsprechend bringen. Aktuell sehen wir die Korrektur noch nicht. Deshalb ist das noch ein bisschen Vorschusslorbeeren. Aber sehen wir dann in den nächsten Minuten bis Stunden, ob das Bild dann tatsächlich sich so auflöst. Ähnlich ist es beim S&P 500. Auch hier, wir haben gestern so intensiv drüber gesprochen, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal in epischer Tiefe machen. Die Zwischenhochmarke hier, 4080 idealerweise ungefähr beim Future-Kontrakt, das ist 22. März hoch, nicht mehr sehen. Auch hier sehen wir, dass die Abwärtsbewegung irgendwie doch noch ganz schön korrektiv aussieht. Deshalb ein Verdacht, dass es vielleicht sogar nochmal einmal höher geht, bevor es nachher nach unten geht. Für mich das zu handeln, so von wegen, ja, könnte höher gehen, das würde ich nicht handeln, außer wir sehen auf dem Weg dahin so etwas. Das ist immer handelbar aus meiner Sicht. Da bin ich dann ganz leidenschaftslos und würde dann entsprechend die Long-Seite da nochmal mitnehmen. Allerdings musste er dann auch so etwas hier zeigen. Und ihr seht, wir haben ja noch nicht mal den ersten Teil, geschweige den dritten. Und schon gar nicht den Bruch dieses Zwischenhochs hier. Das heißt, das ist reine Fantasie im Moment. Aber wenn sich diese Fantasie irgendwann im Laufe des Nachmittags zeigt im Chart, wird er dann von mir aus gerne. Also generell, wenn ihr irgendwo eine starke Richtung habt und irgendwie was dreiwelliges, eine Korrektur als Gegenbewegung, sind das alles erstmal Anzeichen für eher Fortsetzungen. Und insbesondere, wenn es die erste Korrektur ist, dann haben wir die gleiche Länge. Ihr seht hier zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Wir hatten hier eine starke Bewegung. Hier war wohl irgendwie Gegenbewegung, starke Bewegung. Hier wieder Gegenbewegung. Ich bin also, guten Mut ist, dass wir weiter Short gehen. Aber eben ist es nicht die erste Korrektur. Hier war ja die erste Korrektur. Das heißt, hier kommt eine Fünfte. Und die kann lang sein, aber auf jeden Fall unter diesem Punkt. Und diese Minimumvoraussetzungen hat er erfüllt, aber eben auch kein Deuten mehr. Also insofern, das ist der Grund, warum man bei den Fünften dann ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Entweder die Stops nachzieht, wenn es die Mindestziele erreicht hat, oder eben komplett weglassen. Ich mache es nochmal einmal groß, dass ihr es vielleicht besser sehen könnt hier. Das ist so das Geschehen am letzten Nachmittag, 19. April, 20 Uhr, wenn ihr es nachzeichnen wollt bei euch im Chart. Habt ihr da so ein bisschen, ist vielleicht leichter. Also, ihr seht es, ich bin nach wie vor mit der Abwärtsrichtung eigentlich ganz gut arrangiert. Beim Nasdaq ebenfalls, da hat sich nichts geändert seit gestern. Im Kurzfristigen bin ich verwirrt. Der verwirrte alte Mann. Tatsächlich wäre da jetzt, wenn wir hier irgendwie zack und dann haben wir hier eine Pause, zack, dann kriegen wir vielleicht wieder eine Pause und das. Und dann anschließend, das wäre überschneidungsfrei, was die Pausen angeht. Und wenn wir dann, gemessen vom tiefsten zum höchsten Punkt, der noch nicht feststeht, dann in der Mitte irgendwo, bitte diese Zahl noch nicht auswendig lernen. Wir wissen ja noch nicht, wo der ist. Nehmen wir mal an, das ist höher oder tiefer. Dann ist natürlich auch der dann, die Mitte entsprechend höher oder tiefer. Aber so, wie ich es jetzt gezeichnet habe, hier irgendwie, wenn der Kurs bis dahin dann irgendwie korrektiv hingeht, wäre das im Anschluss auch vorher sogar noch mal eine Long-Seite. Umgekehrt, wenn er sagt, nö, nö, was wir hier haben, das ist so ungefähr wie das. Wir machen das gar nicht mit dem Wackelig runter. Wir machen anschließend irgendwie was Scharfes runter, was Scharfes runter, Wackelig hoch, Fortsetzungen nach unten. Also, dann sind die Ziele von gestern durchaus noch im Plan. Also, gestern hatte ich die Frage gestellt, Märkte mit oder ohne Panikmodus? Die Pause ist dann tatsächlich unterwegs aktuell. Aktuell noch ohne Panikmodus. Wir sehen das also so richtig mit scharfen Bewegungen ist das nicht. Intern sicherlich hin und wieder mal. Aber insgesamt noch eine relativ tiefenentspannte Geschichte. Alles easy, aber eben nicht in bester Stimmung aktuell für die Long-Seite. Mal gucken, ob wir nicht diese Tiefkurse vorher noch mal angreifen, bevor es nach oben geht. Oder im Kleinen eben gucken, ob es da noch Zwischenlongs gibt. Und wenn der Kurs dann aus Versehen sogar weiterklettert, bitteschön, dann ist man ja auf kleiner Ebene eingestiegen und kann es ja dann im Zweifelsfall laufen lassen, wenn man das möchte. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.